Servus, ich bin Dominik Weglotz, euer Produktexperte bei Abel und Ruf. Meine Kollegen haben schon den einen oder anderen Stern gezeigt und was ich heute dabei habe, das zeige ich euch jetzt. Folgt mir! So, E350 als Hybrid. Ich finde, bei der Front macht man gerne auf der Autobahn Platz. Gerade die 19 Zöller von AMG mit der Bremsanlage, die ordentlich zupackt, das macht ordentlich was her. Zum Chefplatz schauen wir doch gleich mal rein. Ich finde, hier lässt sich die ein oder andere Stunde auf der Autobahn durchaus aushalten. Mein absolutes Highlight ist natürlich das Heck. Gerade hier die kleine Erinnerung, dass man auch sparsam unterwegs ist. Und für das Hobby gibt es natürlich genug Platz. Hier zum Beispiel die Golftasche von Mercedes-Benz. Kann man machen, oder? So, hat es euch gefallen? Ich hoffe ja. Den Link zum Auto findet ihr wie üblich unten in der Videobeschreibung. Unsere Kontaktdaten, die blende ich euch mal hier unten ein. Und bis dahin, man hört sich. Servus, gentschau! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020